Hallo, ich heiße Tiger Mädels. Heute zeige ich euch, wie man aus Papier ein Hund passt. Also, das ist ein Quadrat mit einem Zentimeter. Und jetzt, erstens wird das hier so biegen. Das. So. Dann öffne ich es wieder. Dann würde ich es überall so machen. So wie ein Fieber. So, dass das gerade ist. Und auf der anderen Seite genau so. 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 So.